3er ist gar nicht so verkehrt Irgendwie soweit Hab ich das jetzt richtig verstanden? Das war nicht dein Mann hier und Lass du doch Haben sie Virginia keine Ahnung? Oh Gott Mensch wir wollen doch nur den Kumpanbogen Kann doch nicht sein dass es so hart uncounted wird das Ding man Ich hab nicht mal nen Tennisball dabei Oh nimm mal den Soll ich da einen aus dem Stein schnitzen? Oh das wär cool Pass auf da kommt auch ne Betriebe ja Aua Ich hab ne Dynamik alter Ich hab ne Dynamik alter Okay eine ist weg Deine ernst Jetzt schmeißt du damit wo die tot ist Du bist ein Horst ey Ja man Schmeiß mal lieber ne Flair damit man die andere sieht Nein Nein Kurz vergessen die geht direkt aus wegen Wasser Warte gehen Warte kann ich ja nicht anmachen Warte jetzt Echte Maulatur Ja das war ja auch ne Idee Okay Das ist ja gemein Keine Gefechtsfeldbeleuchtung hier Ja Die kommt runter geht alles krass oder? Na ja auf einen kurzen Moment Hattest du die schon mal getroffen gehabt? Ja hatte ich schon mal Halte mal die Taschenlampe hier runter Chrisi Was? Halt mal deine Taschenlampe hier runter bitte Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenlampe Was ist hier? Hier ist keine mehr Hinter dir Leve Das sind so normale Ausschlächer Ne ganz drudel Babys Jo Jo Babys Ich seh jetzt auch keine mehr Es war vielleicht nur eine Hier sind ganz viele Babys Leute Ne waren gar nicht hier zwei Bin mir ganz sicher Ich seh noch einer Ja ich seh ihn Ich seh ihn Ich seh ihn Ja ich seh ihn Was ist denn hier? Alter Alter was in der Höhne jemanden Junge Ja guck mal hier Ein Totem Krass Ganz viele Menschen im Bauch Screenshot Oh hier guck mal Gündo Sorry Oh Schaut doch doch Schaut doch doch Schaut doch 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 Schaut doch 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 Schaut doch 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 Das ist mal ein zweiter Anfänger Ich fand ja immer noch Ich fand ja immer noch Boah der steht ja hier und guckt das wohl zu Ja ja ich finde es aber sehr bemerkenswert Ich würde da voll draufmetzeln Ja wir können uns auch gegenseitig treffen was weisst du aber ich war ja keiner der nähe war ja nur du danke du und er vielleicht sollten wir erstmal der große hülle noch gucken was da neu ist also wir können einmal gucken ob es hier weiter geht aber in der großen hülle war ja auch noch was aber ihr seht auch so verschwommen ja das ist weil ich hier und ich glaube ich muss man nicht mehr tauchen oder seite was hat denn hier eine kassette naja und ein gut durchgang zum sprengen ja viel spaß das ding wieder aus ja voll nervig hast ja gar keinen richtigen klick wo ich auch so geil hier mit klitterhaken oder was spiel das ist kalt hier und durchs wasser eben zu hochklettern sonst kommt er nicht nach links rüber darf man feuer machen wäre sinnig glaube ich warte ich baue eins oh dann erzählt mir was aus eurer jugend damals kommen wir jetzt richtung ähm dings cave richtung wo wir vorhin waren in der cave da kommen wir jetzt in die richtung aber nur ganz grob oder richtung arschloch wie man sieht an der dorst alle satt keiner dorst du hast noch deine tauchausrichtung an passiert wenn das ein bisschen behindert mit der sicht aber da sind zwei stück da greift die ost mal an doch doch alle nicht mehr die dich weg die dich wegschufen muss nicht so gut ja dave geiler wäre gewesen wenn er weiter mit dem kreis gelaufen wäre jetzt wird schwierig woher beides hart Weg, 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 Schiffen. Was ist hinter dir? Geh weg. Ich hab nach vorne gesprungen, alles gut. Oh nein, jetzt ist die ganze Seite gesprungen, ey. Okay, Anna ist down. Boah, Dave, ey. Hä, du willst du jetzt doch? Muss ich jetzt nicht verstehen. Warte, ich komm mit der... Ja, warte, ich muss grad erst mal mit anzünden hier. Down, oder? Ja. Ja, ist down. Macht keine Geräusche mehr. Wie auch immer das jetzt funktioniert hat, Dave, weil ich dachte erst ich hab dich gestoppt, aber dann brannte der Arm sie. Und plötzlich brennst du doch... Hä? Du darfst halt nicht dazwischenrennen, ne? Das siehst du ja nicht im Dienst. Moment. Hey, ich versuch ja schon extra so zu zielen, dass ich euch nicht treffe. Also wenn das Zeug nicht anziehen willst, ich nimm's weg, ich sag gerne, okay? Ich geb's dir. Das hat nämlich rosa einen Schutz. Ich denke mal, das ist ein bisschen besser als das normale. Na, das hat einen festen Wert hier. Warte, ich hab noch eins. Danke. Okay. Ach geil, hier ist das Loch, wo wir vorhin durchgeguckt haben. Echt? Naja. Was ist das hier eigentlich? Hier ist ein Tor, oder sowas? Ja, muss Steine drauflegen auf das Podest. Aber macht nicht, das klingt so, als wenn da wir nicht dahinter wären. Also erst mal gucken hier unten kurz. Hier ist nix, außer hier in den Klamotten. Ja. Andere Klamotten. Fountain you close stand hier. Oh, da war's. Ach ja, das ist das, wo man durchguckt. Das ist das Loch von der anderen Seite, weißt du? So, wollen wir? Soll ich? Krassi, bist du da? Ja, ja, ja. Da kam sie doch. Vier. Drei Stück. Was ist mit ihm los? Ich hänge Chrissi fest. Chrissi, hinter dir ist auch einer. Warte, ich beschütze dich. Ist klar. Geregelt. Chrissi regelt. Ja. Die letzte Woche hätte ich nicht dran geglaubt, dass ich das mal tun werde. Hashtag Chrissi regelt. Ja. Warte schon. Noch mal steiner. Geht weiter. Aha. Bist du weit? Ja. Bring dich in Schussbahn. Zwei Stück nur. Warte, warte, warte. Ah, kannst du aufmachen. Das ist ja geil, wenn du nur zwei drauf legst. Warte mal, warte mal. Ich werde... Warte. Hier ist doch nichts. Brauchst du nicht. weg. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. oh Gott, oh Gott nicht runterfallen, wir können Schmerz abführen oh Gott, oh Gott hier geht ein Seil runter Alter, ich weiß überhaupt nicht mehr, wo wir sind jetzt, gell ja, nicht nur du nicht sag dir das mal an an in dem Fall kommen wir gleich irgendwo in eine Höhle, wo wir schon mal waren hoffste oh, Wasser oh Gott ich dachte, jetzt bin ich wieder zu doof aber hier scheint nichts zu sein das ist wahrscheinlich nur, wenn du vom Steg da runterfällst oder so da musst du ja ganz schön blöd anstellen, oder? naja was es nicht alles gibt, ne? das ist schon, ja also ich habe nichts gesehen, wo wir irgendwie weitergehen unter Wasser dann sind wir ja schon drei äh, zwei kalt, nass ach, Feuer toll sollst du auch Musik hören? naja, ich höre gerade Musik links hat einmal runter ja ich weiß nicht ob das lohnt da unten sieht nur aus wie die größe kannst du mal gucken gehen ja wir können wir schon durch rennen da braucht ja jetzt jeder wieder runter oder wird aber schon kalt jetzt hier ich mache hier vorne damit ein lagerfeuer dasselbe wie drüben unter wasser aber sonst auch nichts weiter der größe ist nur bespiegelung to do liste up to date das war das stimmig ist da wo wir angefangen haben dafür uns noch so ein paar arme gott explore sinkhole cave ja ich komme zurück das ist nichts komisches habe ich explore sinkhole cave gekriegt ja dann sind wir wie gesagt wir werden wahrscheinlich irgendwann im crater rauskommen ich vermute alles schon bald beim boss fight sind so habe ich das gefühl ja dann haben wir noch keinen kompositbogen aber wenn wir uns auch noch die genaue position suchen dann ist auch blöd dann machst du ja alles kaputt er hat irgendwie ein jeansrock an das fällt mir jetzt erst auf schwarze strumpfhosen und ein jeansrock wer du okay das ist ja richtig heiß aus und die ganzen fleischlappen um dich rum und die winter boots an und das atemgerät also richtig herzlich der hammer ist richtig eklig das ist jetzt vorsichtig das ist auch die stuart dessen outfit hier liegt roboter okay hast du das ding genommen ja ich hab das ding langsam blöd ist der rest vom roboter fehlt mir weil ich gestorben mir fehlt noch ein arm mir fehlt noch ein arm und ein bein gefunden aber sie für die zwei höhen von gestern aber das ist ja nicht schlimm du brauchst nicht krabbeln egal ich wollte krabbeln und der hat noch dein zeug an ich glaube in dem ding war dann schon mal kalt ja wir sind draußen am rand des craters oder im das macht sinn das macht sinn ja echt bist du sicher hier geht es einfach nur weiter wir sind draußen natürlich sind wir draußen laba nicht guck mal über uns ist immer nur stück auf ja hat recht dass der crater unten auf dem fußboden nein nein das kannst du das nicht es kann sein dass wir dann boss fight triggern oder irgend sowas lassen wir abhauen wieder ja aus dem wollen wir hier ja noch gar nicht hin nee wir wollen ja eigentlich nur den kompass sieht bogen äh schwarzen bildschirm echt bei mir drehst du dich noch nee bei mir stehst du ganz eckig da jetzt geht es wieder soundcard hat wieder gesagt ich habe ein schildstecker ausgezogen der nicht da ist ok ok schlau naja ein markel kontakt war das denn chrissy hat dir häkchen gestellt ihr habt es gesehen was habe ich hast ein häkchen gestellt was ein häkchen jetzt ist nicht wenn du so ein bein stellst und er fällt drüber ich stürze mhm da ist es bei uns ja das ist wenn er runterfällt dass du wieder hochkommst deswegen sind diese leiten ach echt cool christi guck mal vielleicht hast du jetzt deine beiden beine zusammen ja ich guck grad mal tatsächlich nein nein wie geil ja es mir nämlich gerade schon aufgefallen weil ich hatte kein roboterbein und als ich den in hand genommen habe war dann da eins also der hat zwei mal der linke quasi gefunden bei mir ist er jetzt rechts und links fehlt mir noch ein arm jetzt hat mein roboter drei beine ok ein männlicher roboter vielleicht konnte das bein nochmal dran montieren also wieder 3000 kilometer zurück klatschen wow wieso bewegt sich die tür jetzt hier erschreckt mich mal das ist bei mir komplett immer auch so nur die position war wahrscheinlich zu möglich auch stimmt die tür ist auch zu hat jemand musik ne du kann man sie noch anhaben ja ja es sind nur aus wenn du sie ausmacht sonst läuft sie durch was sind wir hierher gekommen ach so ja da ist unser lagerfeuer dann müssen wir jetzt noch hier nach links oder ja ach ne hier war nur das guckloch guckloch oder nur hier war nur das guckloch richtig okay hier geht's nur zurück naja da müssen wir auch wieder lang dann aber die höhle ist verwirrend wenn die im kreis geht ja die führt halt so um das ding drum herum um den um das stinkkohl und ihr brauchst gar keine arten gerät ne ne wie gesagt ich finde das nicht verkehrter der das anzieht sobald ins wasser gehst besser als dazu vergessen kannst du nicht vergessen ja da ärgerst dich bestimmt aber gerade hier ist ja nicht so einfach an das zeug dran zu kommen ja nervt mich nur dass einem dann immer kalt ist hm oh oh da ist die zweite die von kannst du schießen ja ne ich muss erst mal zurück weil äh Pfeil anzünden okay die sieht uns nicht jetzt sieht sie uns oh ruhig den den uuuuuh fast down fast down oder down fast down jetzt ist sie down und ich erfriere gerade irgendwo hab ich ein paar trin gefunden fährig fährig ich mach schnell einen ich bin dabei ja ich mach schon eins ne ich bin es gut ich bin bei dir guck mal in die wand gehauen geil sehr gut das kannst du nur tun richter bauprofi deswegen haben wir euch die hütte eingeschaut nicht weil ich einen baum drauf geschmissen hab krissi hat auch was gemacht ja ja also ich würd's mal so sagen wir haben es ja auf video ne scheiße vor allem dieses ups ja genau ja also viele von den fischern dürfen jetzt nicht mehr kommen ne was brauchst du dann wieder alkohol ich hätte auch nix mehr ah ne brauch ich jetzt hin jetzt nicht wir werden wir schon also ich muss ja noch häuten übel eben das passt dafür als pfeile pfeile alkohol stoff äh gucke hier waren wir noch nicht ja hier gehts weiter ich hab hier zwölf stück kann ich dir geben pfeile ja geht doch nicht kannst du nur eins zu geben ne wie ne oder zwölf weiß ich nicht ist ja auch egal ich hab keine mehr in der tasche auf jeden Fall jetzt na gut dann hab ich so wahrscheinlich genommen hm ach lass die Leichen doch jetzt mal hängen da ja lass sie doch mit den Leichen spielen wenn sie keine Freude dran hat ja lass sie doch mit den Leichen spielen wenn sie keine Freude dran hat sie du hast ja gott ne Hose an echt? brauchst du nicht wundern ne du hast doch ne komische Skinny Leggings an Zebra Style echt? oder was soll das sein? oder sollen sie so 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 möchte ah warte mal sollst du ein Spieler sein? aber irgendwie ist das auch nix oh Screenshot schick dann rein wie geht das? was will ich drücken? F12 ok wer ist denn noch da? also hier unten gibt es Medikamente so da gut haben wir alles nix außergewöhnliches da komm ich brauche Medikamente ist es tief? ja ich hab eben vorletzte genommen bei Virginia ich hab eben vorletzte genommen bei Virginia ich hab einmal zugeschlafen war ich fast down gegangen es ist echt krass das hier verstehe ich nicht wie du so viel nicht haben kannst ich hab ständig voll ja ok aber wo sonst ist ja nix hier sag ich ja abflug voll der versteckte loot chamber ne an die Arschlöcher man auf der anderen Seite von der Höhle von dem Wasser ob da noch irgendwas weiter geht wo bist du jetzt? bist du jetzt auf der Seite wo wir weiter müssen oder? ich bin auf der wo wir am Anfang waren von hier kamen wir ah ah da kommt was wow komm ins Wasser komm ins Wasser komm ins Wasser komm ins Wasser ja man gute Idee okay Aua Arschlöcher spring doch nicht rein gell wir brauchen jetzt nicht vor meinem Bildschirm umlaufen kannst du mal bitte abhauen ich höre mich sie gar nichts hier lauf mal weiter Dicker ist grad ne blöde Situation danke komm weiter hey was denn komm runter ab runter ja scheiß dreck bleib im Wasser wenn du da noch Problem hast komm komm wääh Metzl Party hier sind viele da sind viele da ist komplett schwarz der Bogen da ist komplett schwarz der Bogen jetzt ist der down ach da ist noch einer so Feuer lass mal ne Rüstung bauen oder was ja können wir auch machen gute Idee dann ist doch bestimmt der Bogen hier irgendwo oder wenn er so hart entcounted wird keine Ahnung der Raum fünf so Typen man hier hinten ist alles voll Kisten oder sechs waren sogar sechs einer ist ins Wasser gefallen aber die kriegt man ja nicht hoch ne ja 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 Bis zum nächsten Mal.